Ja, Think Positive, so heißt das neue Album der Whisky Priest und das ist auch das Motto der britischen Folk-Punk-Band. Ja, und seit über zwölf Jahren gibt's die Jungs schon und sie gelten als die aufregendste und innovativste Live-Band schlechthin. Still, jetzt seid ihr noch nicht dran, aber gleich sind sie dran, denn jetzt sind sie bei uns im Studi. Die sind nämlich momentan auf Europatournee und jetzt hören wir uns einen Song an von den Whisky Priest mit Car Boot Sale. Viel Spaß! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 The Whiskey Priest Car Boot Sale